Manche einer mag es schön heiß, der andere bevorzugt erfrischende Gerichte und Getränke. Was heute unsere Teilnehmer bekommen werden, siehst du jetzt in der Heiß-oder-Kalt-Challenge. Ich will anfangen! Nicht so schnell. Erstmal müssen wir die Karten durchmischen. Bitte sehr, Jill. Dies für dich, Zack. Und dies für mich. Ich hab nichts. Oh, nein! Ich hab kaltes Essen. Mist. Und ich denk was Heißes. Wow, das ist ja Pizza. Hurra! Ist ja fantastisch! Ich fang an. Dein Pizzakarton ist leer, Lucy. Ich hab vergessen, dass ich nichts bekommen habe. Na, mach schon. Äh, so viel Eis. Die Pizza sieht ja aus wie ein Eisklumpen. What? Und hart ist die auch noch. Oh mein Gott! Ich werd versuchen, damit fertig zu werden. Ich zerbreche sie in kleine Stücke. Ah, die ist viel zu hart. Die Gitte, da hab ich ja keine Lust drauf. Man könnte damit Frisbee spielen. Oh. So einen Effekt hab ich nicht erwartet. Ich weiß, wie ich alles wieder gut machen kann. Ich muss meine Pizza bügeln. Du bist ja schlau. Klasse. Kleinigkeiten. Good job! Nein, das machst du wirklich gut. Nein, meine Pizza ist verbrannt. Bloß nicht das. Ich bezweifle, dass das besser als ein Eisklumpen schmeckt. Oh, come on! Hab ich's doch gesagt. Heute ist einfach nicht mein Tag. Ich hoffe, ich werd mehr Glück haben. Feuer! Mach sofort die Packung zu. Aber ich muss das doch essen. Oh mein Gott! Was soll ich tun? Ich hab eine Idee. Wir müssen deine Pizza löschen. Okay. Eins, zwei, drei, los geht's. Es hat geklappt. Aber jetzt ist meine Pizza nass. Ist auch nicht gerade appetitlich. Hey, you! Scheint, als wäre ich hier nicht der Einzige, der hungrig bleibt. Loser. Jetzt fang doch endlich an. Wegen dir hab ich die falsche Karte gezogen. Ich hätte auch gerne was anderes gezogen. Ich bin völlig zufrieden. Bloß kein Brokkoli. Das ist viel zu heiß. Ich find meinen ja viel zu kalt. Oh mein Gott! Das ist tiefgefrorener Brokkoli. Freut mich, dass ich in dieser Runde aussetzen darf. Viel Spaß. Lass das. Guten Appetit. Ich kann das schaffen. Wie eklig. Hey, you! Du hast doch nicht einmal abgebissen. So geht das nicht. Ich werd dich zwingen müssen. Jetzt mach mal den Mund auf. Na los. Na los. Na gut, wenn's sein muss. Ah, ich hab mich auch noch verbrannt. Dein Gesicht ist rot geworden. Haha, wie witzig. Da ist jemand ganz schön sauer geworden. Zeit, dass Jill drankommt. Womit soll ich anfangen? Dieser Brokkoli ist unmöglich groß. Ich hab's. Ich muss ihn in Stücke sägen. Das ist gar nicht so einfach. Ich hab meine Säge. Gebogen. Und gebrochen. Die muss ich wohl wegschmeißen. Und was wirst du tun? Ich hab noch nen Hammer. Sieht so aus, als würde Jill damit nicht fertig werden. Das ist ne schlechte Idee. Aha. Ich hab noch ne Handel. Vieh bitte. Oh. Genau. Ich muss sie bloß von genügender Höhe runterwerfen. Okay. Hilfe in Deckung. Genau getroffen. Ihr hättet keine Angst haben sollen. Aber das Eis ist trotzdem zu hartnäckig. Ich stell mir vor, es wäre Eiscreme. Meine Nerven halten das nicht aus. Here we go. Ich will die erste Karte. Dann bin ich zweite. Was ist mir übrig geblieben? Falsche Karte. Ich hab dasselbe Problem. Endlich hab ich Glück gehabt. I get cut. Schau doch nur, wie groß der ist. Und wie kalt. Nee, nee. Meiner ist heiß. Oh yeah. Was ist in meiner Packung drin? Na, höchstwahrscheinlich nichts. What? Genau so ist es. Meine Packung ist leer. Das hat mich traurig gemacht. Wie unfair. Das hat mich traurig gemacht. Loser. Was kann ich da noch sagen? High five. Ich fang an. Ich versuche ihn etwas zu erwärmen. die Arme wird sich doch noch die Zähne dran brechen. Ich muss mich damit abfinden. Wobei, nein. Ich hab mir was überlegt. Ich stecke mir den Schokoriegel einfach so in den Mund. Ich glaub meinen Augen nicht. Klasse. Aber irgendwie ist mir kalt. Ich muss mich wärmer anziehen. Ich versuche dich aufzuwärmen. Danke, Sack. Mir geht's viel besser. Okay, jetzt bin ich dran. Ui, ich hab mich dreckig gemacht. Da ist heiße Schokolade drin. Sieht ja appetitlich aus. Ich will auch was davon probieren. Ich stelle mir einfach vor, dass es ein Schokokoktail ist. Schmeckt klasse. Was macht ihr? Geht weg, das gehört mir. Jelna, warte. Lucy, du auch noch? Bitte tu es nicht. Na gut, ich verzeih euch. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Wir sehen uns noch. Tschüssi, tschüss. Bis dann. Bis dann. Tschüssi, tschüss. Tschüssi. Untertitelung des ZDF für funk, 2017